Ich habe was ganz Tolles zur Auferstehung sozusagen und nicht nur dafür, sondern für dieses wundervolle Mondjahr, das von so schönen Energien getragen ist. Es gibt eine neue Meditation. Bring deine Visionen in die Erde. Die ist auch für dich, wenn du bisher deine Visionen gar nicht so klar sehen konntest. Schau sie dir an und genieße es. Genieße es und bring deine Vision jetzt auf die Erde, weil jetzt ist die richtige Zeit. Schön, dass es dich gibt. Bis bald.